Hallo Leute, willkommen zu meinem Let's Play Together auf einem Server von... von wem nochmal genau? Ich kann euch nicht unterscheiden. Und zweimal Jan. Okay. Der, der gerade geschlagen wurde, nehme ich an. Okay. Naja, wollen wir ein Haus zusammen oder wie? Würde ich sagen, mal... Ja, erstmal ein... Ich will einzeln. Später machen wir noch mehr Häuser, aber erstmal... äh, nicht einzeln, sondern erstmal zusammen, damit wir nicht gleich abfacken. Okay. Ja, alles klar. Ein chaotisch anfängendes Let's Play. Das ist schön. Die erst die Nacht unten in den Boden ein oder so. Das ist zu viert, dann kann man ein bisschen ganz schön Holzfarm und daraus ein Holz... äh, Haus bauen. Ich bin schon dabei. Ich mach schon mal eine Hot Bench. Ups. Endlich kommt bei mir alles rechtzeitig. Sehr gut. Ich tue ein paar Schweine schlachten. Jetzt, wo ich aufnehme, kommt alles rechtzeitig. Ja, ich hab zwei bekommen. Gut. Ich muss Holz abbauen. Wo ist die Werkbank? Ich hab keine. Ähm, hier, ich hab eine. Äh, da. Hier, in der Ecke. Äh. Wollen wir das so einen Job zu unterteilen? Einer ist... äh, Miner. Ich bin Minenarbeiter. Der zweite ist Holz. Nö, wir machen einfach alle das, was wir wollen. Okay, okay. Sofern wir nicht zu viel Scheiße anstellen, ist das schon okay so. Äh, Entschuldigung. Es wird schon dunkel. Hä? Du kannst so schnell dunkel werden. Am besten, dass wir graben, dass wir in meinem Boden ein, oder? Ich hab hier ein Loch, ich hab hier ein Loch. Ja, schon für dich. Ich baue hier eine Wohnung. Tun wir uns mal in einem Endsens. Loch ein Graben für die erste Nacht. Oder? Ich hab ein bisschen Holz noch dabei. Ich will den Workbench. Holt die Workbench mit. Hm. Da können wir uns auch in der Nacht steinfahren. Da haben wir schon Werkzeuge für gleich. Ja. Ja. Dabei waren wir gar nicht lange auf dem Server und jetzt ist es schon Nacht. Das ist voll verrückt. Vor ein paar Sekunden. Das ist, weil der Server die ganze Zeit an war und dann läuft die Zeit natürlich auch mit. Ja, aber die lief viel schneller als sonst. Wir brauchen, äh... Nein, nein, das ist schon mal die ganze Zeit schon an, als für die auf Hamalchen-Netzwerke-Jointe. Da war der Server schon an. Du platzt gerade mitten in den Z-Play rein. Ich hab ein, ja. Das ist der schönste Tag. Weil ich sie und nix mit mir meine Licht-Einstellung noch nicht mehr machen. Lalalalalalalalalala. Alter, werfelschweinig sind voll viele bei mir. Ich hab das in der Zeit so was anbeißlich. Sein Deutsch ist heute auch mal. Abonniert ihn. Äh... Arzt und Knall? Die soll mich nur abonnieren, wenn sie es wollen, aber nicht, wenn du es ihnen sagst. Also, ich abonniere nicht. Kannst du machen. Das tut mir leid. Das ist nicht deine. Bleib bitte da. Ach so, ja, okay, das ist dann natürlich... Also, äh, küsse uns das in allen Geld... Also, nicht hier bitte, äh, wenn man schon hinten... Raus jetzt. Ist wieder der Eingang. Da muss es frei sein. Weil eigentlich haben wir eine gute Stelle bekommen. Ich baue gerade ein bisschen Stein ab. Stein. 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 Gut. Wie ist das eigentlich? Wir nehmen zwei jetzt auf, weil ich aus Versehen einen gemacht hab. Oh, man. Ich hab mir jetzt eine Axt gemacht, jetzt hole ich mir. Ja, wie ist das jetzt? Ähm, wie ist das jetzt? Äh, wir nehmen ja jetzt auf auf den Server. Aber wie regelmäßig wollen wir jetzt, äh, wieder das aufnehmen? Keine Ahnung. Dann, wenn alle on sind, oder? Das ist ja durch den Logo-Nola-Server. Das ist das Loch, oder? Ey, habt ihr schon Kohle? Dann müsst ihr mal nach Kohle beten. Wenn ihr auch Teamspeak habt, dann könnt ihr auf ihn joinen. Ähm, die ID vom Server ist ts.logonola.net. Genau. Kommt auf ihn drauf, weil es ist ein geiler Server. Und wenn ihr auch eine Bewerbung schreiben. Ja. Und wenn ihr auf den Server wollt, sofern ihr nicht zu blöd dazu seid, eine Bewerbung zu schreiben, seid ihr für den Server wie geschaffen. Der Server hat 100 Slots, und wir suchen drei Member. Ja, wir haben schon eigentlich 101 auf der Whitelist. Ja, 101 auf der Whitelist, aber die haben sich nur beworben, wollten dann doch nicht spielen. Äh, der ist Holz. Und das natürlich auch dumm. Ich bin sofort gejoint, als ich gemerkt hab, dass ich joinen kann. Ich bin jetzt zwei Seeds. Ich hab mir auch schon Seeds. Äh, oh fuck. Ich hab ein Holzblocking gesetzt. In einem Creeperloch sieht. Ne Quatsch, äh, ich pflanzt da Saplings. Mal doch aus, nein. Ey, wir sind so chaotisch. Ey, da ist ein Skelett. Da ist ein Skelett und ein Grillkörper. Hat wer, komm, es will mich umbringen. Nein, ich will mich umbringen. Komm, komm, komm. Ey, wir machen uns. Nein! Was noch findet ihr? Ey, Misa hat voll ne geile Explosions-Dingens. Sieht voll epic aus. Fuck! Ich bin tot. Ich sammle schnell deine Items und gehe in die kleine Höhle. Wo bist du, wo seid ihr? Teleportier dich! Kann ja nicht. Hast du zwei Kabel? Verhoffn mich im letzten Land zu stören. Geh raus. Geh raus, Celina! Okay, Christopher! Die wissen schon, dass ich Christopher heiße da. Es war jetzt kein Gelungener. Gib mal den Koordinaten, bitte. Kastafari! Hey. Kastafari! Ich meine, ich freue mich. Ja, ja. Äh, X1-42. Sag mal, wo ist denn jetzt die Höhle? X-42. Ach da. Ach da ist die Höhle. Okay. Und Y66. Äh, und Z11. Da ist es schon, ja. So, ich bin nicht zu. Ich hab, äh, normales Holz abgefarmt. Das mach ich jetzt so, oder? Wo ist denn meine Sachen? Und du bist eine Schwimme. Nicht jetzt? Ich hab'n Schwert. Ey, wer hat meine Sachen eingesammelt? Äh, ich komm in die Höhle. Oh, ich hasse die Küche. Ja, wer hasst das nicht? Ja, wer hasst das nicht? Ich hab' mich doppelt und das ist scheiße und das ist scheiße. Ja, ich hab' mich doppelt. Ja, ich hab' mich doppelt. Ja, wir haben meine Sachen wieder. Ich hab' deine nicht. Ich hab' deine nicht. Was hattest du noch alles? Ach doch, dein Axt. Ja, und dann meine drei Schinken. Ich hab' die nicht. Also hast du jetzt alles. Äh, und dann noch wie ein Holz hat dich eigentlich. Boah, ich dachte, das ist ein Grieper. Ey, ich will mein Herz auch wieder. Das Holz. Wie viel Holz hattest du? Ach so, ja, ich hab' ein bisschen Holzplanken von der Ende. Ich mach' das mal hier hinschmeißen. Okay. Ja, Mann. Geh' das damit, das zu zeigen? Nein, das hab' ich jetzt nicht mehr. Das hat jetzt einer von euch. Ah, okay. Jetzt halt. Hat er eigentlich mehr, oder? Äh, ist sowieso egal. Ich mach' nämlich jetzt ne Truhe. Ende. Und da legen wir jetzt erstmal alle unser Zeugs rein. Ja, das ist noch mehr. Na, Mensch, leg's hier auf die Treppe. Geh' immer kurz weg da, Jan. So. Deiner Bornheim. Echt wie ein Wiener-Bulle. Am nächsten Tag gehe ich erstmal, also Miner-Arbeit machen, ne? Ja, kannst du machen. Ich mach' ein paar Fackeln. Creepers ins Loch. Nein! Scheiße! Ich wollte nur noch kommen. Die sind eigentlich alle tot, oder? Das sind doch so. Oh, fuck. Auf welcher Schwierigkeit ist das? Wo für ist denn das? Auf eins. Und sie haben sie ausgefunden. Wo ist denn das? Wo ist denn das? Wo ist denn das? Immer noch im Loch drin. Oh. Wer ist noch im Loch drin? Ich sag' mir, erstmal alles rein. Minecraft-Namen. Not-Camper. Not-Camper. Ich glaub' hier können wir nicht mehr fahren, oder? Okay. Ich find' nicht einsam. Bist du das? Au! Ich kann mich nicht teleportieren. Ich wollte mich zum Not-Camper teleportieren. Aber es hat nicht funktioniert. Nee, dann ist es aus. Oh. Sandy! Ich glaub' ein Letzt-Play. Ich weiß, aber ich finde euch nicht mehr. What? Lol. Lags. Übelste Lags. Weil die Welt geladen hat. So. Wo seid ihr denn alle? Ich finde euch nicht. Ja, in dem Loch noch. Also ich grabe. Wo war noch mal das Loch? Ach, da ist das Loch. Das ist ja gar nicht weit vom Spawn entfernt. So gut. Bip, blip, blip. Und ich versuch' das grad' zu stopfen. Wo ist denn jetzt die verfickte Truhe? Oh Gott, ich hab' verfick' gesagt. Setzt die irgendwo hin. Ich mach' hier mal ein bisschen frei, dass wir ein bisschen Raum haben. Wo wollen wir mal das Loch? Da, hier. Da ist ein Loch. Da, da, hier irgendwie. So, da. Wenn da. Kannst du zumachen? Wartet mal. Ich nicht. Ja, ich auch nicht. Ich müsste mal so'n, äh, Dingens machen. Hat irgendwer Holz? User, join your channel. Smiley! Äh, lol. Wer ist das? China, das passt grad' gar nicht. Wir machen anders. Together, gerade. Also. Deswegen wär's sehr nett, wenn du ausgleichst. Du kannst zuhören, aber auch nix sagen. Hey, ich geh raus. Okay. 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 Danke, 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 danke. Ich brauch' ein bisschen Holz. Hat hier mal meine Sachen aufgenommen, vielleicht? Ich hab' gar nix. Eine Holzspitzacke? Ich hab' nur Dreck und Stein. Ich hab' ne Holzspitzacke bekommen. Ja. Das ist meine. Dankeschön. Eine Kohle, Holz. Noch eine. Das da. Als'n meine zwei Steinsspitzacken weg. Das da. Creeper. Ich sag' nur Creeper. Creeper, blow'n alles ab. Na, danke. Holz. Oh, geil, Tag. Oh, geil. Der Tag kommt. Ich brauch' ne Axt. Ich hol' Holz. Hat wer ne Axt von euch? Ich hab' doch eben ne Treppe gebaut. Wie sagt ihr das gemacht? Ja, ich bau' mal ne richtige Treppe. Warte mal. Also echt? Wo ist die wegmankeln? Boah, ich hab' gelügend, äh, Stein, dass ich was bang war. Ein Creeper! Nicht schon wieder! Aaaaaaah! Ich versuch' ihn zu killen, aber weiter weg. Also nicht da. Fuck! Wie kann das blödieren? Alter, läuft die doch nicht immer her, Mann. Was macht's denn? Ähm, nun mal so. Creeper sind aggressiver geworden. Der war zehn Blöcke mindestens entfernt. Äh, hier, Alter, aus Dreck, äh, Treppbaum gibt's noch. Na toll, ich bin mein Creeper rein. Ah, Mama! Ich hol' Holz. Ich hol' nochmal alle Items, die ich hatte. Nochmal. Ist ja nicht schwer. Äh, what the? Wollt hier alles zu legen. Das ist ja jetzt nicht mehr normal. Bom, mal ein Colab. Ey, jetzt wo ich andauernd merke, dass Creeper explodieren, hab' ich voll Angst, dass mich sich einer von hinten anschleicht. Das muss doch immer haben. Also Angst jetzt, ne? Ja, ich weiß. Hopp. Ey, es leckt kein Stück, der Server ist voll gut. Ich hab' auch eine 16.000er Leitung. Verdammt. Es kommt aber nicht nur aufs Internet an. Nicht nur. Aber zum größten Teil. Mein PC ist ja auch nicht das Schlechteste. Welches Betriebssystem habt ihr? Ich bin noch 7. Ich win Vista und 7. Vista für die etwas älteren Spiele, wie Gothic. Wie Goofy? Boah, an was ihr gleich immer denkt hier. Aus. Äh, ihr wisst nicht, was Gothic ist. Oh, ich hab' das Spiel auch. Ich hab' das Spiel auch. Gothic ist dickgeil. Uriziell, kennst du das? Der Teil 1 ist der Beste. Ähm, Teil 2 ist der Beste. Kennst du Uriziell? Wie soll man denn mit mir drauskommen, Mensch? Oh. Ich... Okay, wenn du Uriziell nicht kennst, dann musst du nur... Nu... Also ich kenne, äh, doch wie noch nicht so sehr. Und was Uriziell ist, weiß ich nicht. Was ist eigentlich das stärkste Schwert? Wichser das. Das ist der Magier. Also so ein bisschen weiß ich schon, ne? Auch wenn ich erst so zwei, äh, acht Stunden gespielt hab. Erst. Ja, erst. Musstest du das jetzt unbedingt abhauen, um dein Stein zu machen? Weiß ich nicht. Ich nehm' Instant mit 30 Frames auf, weil ich auf 30 Frames gestellt hab. Wow, bin ich nicht imbar. Total. Total. . ?